Ich bin Fabian Ruedi und mache die Ausbildung zu der Kauffrau EFZ. Es gibt zwei Profile, die die HUGA-G anbietet. Das ist das E-Profil, wo ihr zwei Jahre lang Zweitagsschule habt und im dritten Jahr noch einen Tag. Und das M-Profil, wo ihr drei Jahre lang Zweitagsschule habt und dann mit der Berufsmatura abstiessen. Ich wusste von Anfang an, was das KV machen will, weil das eine gute Grundausbildung ist und dann noch sehr viele Türen offen stehen. Hier bei der HUGA-G hat es mir sehr gefallen, weil es sehr familiär und freundlich ist. Wir Lernende haben hier die Möglichkeit, einmal im Monat miteinander zu lernen und uns so schulisch zu unterstützen und sonst auch noch den Zusammenhalt zu fördern. Ich finde es sehr cool, dass ich hier meine Lehre machen darf und ich freue mich, euch kennenzulernen. Und übrigens, mein Lieblingsprodukt der HUGA-G ist die Jurawaffel.